moin moin liebe leute und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play von vote 96 ja wir haben jared getroffen den mysteriösen mann mit dem hut der auf rache auch rache aus ist weil seine tochter damals gestorben ist und ja zu uns war aber ganz nett eigentlich hier können wir noch mal die bildtonne durchsuchen sehen zwar ein paar münzen finden wir immerhin so wir wollen sieben dollar für den bus bezahlen nein das wollen wir nicht wollen wir auch nicht wir haben nämlich noch einen autoschlüssel gefunden und können deswegen hier ein auto stehlen damit kommen wir dann sicher bis zur nächsten station mal sehen wie wir als nächstes treffen 1150 kilometer bis zur grenze und ja da seht ihr es auch noch mal sonja haben wir zuerst getroffen dann jared und jetzt alex vielleicht ich bin gespannt john und fanny könnte es natürlich auch sein und dass denn und mit zweimal den gleichen charakter treffen tun wir eigentlich eher selten das war im letzten durchlauf war das so damit sowie zweimal getroffen einmal kurz vor der grenze einmal an der grenze selbst goldfinger heißt jetzt hier das ganze so wir schauen uns erst mal ein bisschen immer wieder einen duftbaum ja ein flyer der für die senatorin flows bei der wahl wirkt was haben wir hier noch und jetzt besonderes haben wir hier hinten irgendwas der rucksack von alex ist es voll mit cooler technik entwürfe und noch mehr technik ja sehr schön was haben wir da sehen nur dass sie da auf ihrem pc wieder ein herum tippt und bist du unterwegs die haben wir schon gesehen ja was können wir denn mal fragen leute hast du von dem jungen gehört dabei im überqueren der grenze gestorben das glaube ich nicht das glaube ich nicht und flow ist auch ja mal sehen wie wir alex jetzt wieder helfen können das wäre mit sicherheit noch nicht alles äh wow das klingt schnell ähm du könntest die laptops nennen ja das stimmt da hat sie schon sehr recht mit wäre gut dass alles auf einem computer zu machen ja klar lass uns mal kurz rechts ran fahren dann können wir eine runde spielen das macht Sinn das ist easy mode red tank can't fire it's like begging you to blow it up okay okay gewonnen abprallende kugeln ich glaube das haben wir wieder gewonnen ähm fügen wir lieber das Sammelformulation hinzu trotzdem prallen die ab hier ok Ah Mist, diesmal haben wir verloren. Okay, liebe... Ne, wütende Panzer geht ab, veröffentlicht es. Das ist aber nett. 20 Dollar? Wenn nicht sogar noch mehr Leute. Woher weißt du so viel? Sind deine Elternprogrammierer? Oh, alles in Ordnung, Alex? Tut mir leid, dass ich das angesprochen habe. Ja, ich habe davon gehört. Das tut mir wirklich leid, Alex. Ein Bild von einem Mann und einer Frau aufgenommen am 9. September 1986, dem Tag des Anschlags. Alex glaubt, dass das seine leiblichen Eltern sind. Ähm, sieht aus, als wären sie wirklich nett gewesen. Kein Problem, mein Freund. Waren sie bei den Brigaden? Ja, ich glaube, ich verstehe schon. Na klar, Alex. Eigentlich ist das nicht mal mein Auto. Ja, ich weiß das. Ich glaube, ich bin blind. Jetzt. Prank some music. We best ride in style. Ja, ich weiß ich auch. Ja, Mann. Ja, Leute, wir haben wieder ein bisschen was über Alex erfahren. Dass ihre Eltern wohl auch bei dem Anschlag umgekommen sind. Und wir haben noch 349 Kilometer vor uns bis zur Grenze. Schauen wir mal, also Alex liegt jetzt auch mittlerweile bei 70%. So füllen wir nach und nach hier die Storys von den verschiedenen Charakteren. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ein Sammelobjekt haben wir unten noch zu sammeln. Mal sehen, wann wir das denn bekommen. Und wir verlieren etwas Ausdauer. Wir haben den 28. Juli 1996 Some Like It Hot. Und wir befinden uns bei super, super Fast and Food. Ja, Leute, hier ist mal wieder ein Protest nebenan für Floris. Und was ist mit ihm hier? Was hältst du von Senatorin Floris? So, wir brauchen uns mal was zu essen. Und haben damit unsere Gesundheit fast wieder voll. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hinten rum. Schau mal, was wir hier so noch finden. Ja, go vote. Wandelieren. So, was haben wir hier? Schließen. Wir sehen uns hier mal ein bisschen rum. Wir finden Cracker und haben unsere Gesundheit wieder aufgefüllt, Leute. Schloss knacken. Autoschlüsse nehmen. Das ist schön. Jetzt haben wir wieder Autoschlüsse, mit denen wir dann reisen können. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts. Mal schnell wieder raus. Tür zu machen. Und weiter umschauen. Okay, ich ahne Böses. Stan und Mitch sind, glaube ich, hier vor Ort. Wir durchspähen. Wir sehen nichts. Gut, gehen wir mal rein. Hier können wir auf jeden Fall wandern. Das ist nichts zu sagen. Das ist nur dein Burger. Ja, kommt auch mal vor. Ja, der fragt schon direkt nach ein paar Münzen für sein Sparschwein. Na klar, hier, bitteschön. Alles klar. Cool, cool. Ja, wollen wir was bestellen? Alles gut. Okay, wir haben noch mal was zu essen. Irgendwelche Tipps zum Trampen? Nee, auf die Bied zur Mauer. Ich weiß nicht, mit den Brigaden. Das ist vielleicht zu vile für meinen Tast. Oh, nein. Das hier, Damen und Herren, ist, was man kallt, eine Robberie. Wuhu. Niemand bewegt. Leute, einfach, was ihr wollt. Wir haben Burger, wir haben Fries. Du bist sicher. Wo ist es? Uh, das ist ein Super Supper. Wrong answer, friendo. Ich habe eine Schotgun. Na, gut oder nicht, ein Super Supper ist noch nicht safe. Uh, was ist das mein Nitz? Super Supper, like, still has a Register, bros. Jetzt, du sprachst. Mitch, gib mir das Bagel für den Lüt. Das Bagel? Ich dachte, du hattest es. Mitch! Ähm, vielleicht hat der Kassierer Tüten. Sorry, Super Supper doesn't do take away. It's weird, I know. The Piggy Bank. Put the money in the Piggy Bank. Okay, fine, but that's my Piggy Bank, man. Okay. Mitch, get the pig. I don't think I should leave the door, Stan. You know, in case someone comes in. Are you killing me, Mitch? Ähm, ja, wir mischen uns da mal nicht ein. You, stand up. Bist du sicher? Yeah, you. Take the pig and get everyone's money. Time to donate to the Stan and Mitch Fund. Alles klar, dann sammeln wir mal das Geld hier von allen. Get going, kid. I wanna hear you. Dein Geld, bitte. I have an idea. But you have to trust me. Lass uns nicht die Helden spielen. Ich will mich nicht mit denen anlegen. Gib mir jetzt dein Geld. Bitte gib mir dein Geld. Sir, ihr Geld, bitte. Es ist nur Geld. Ich habe gesagt, äh, nee, sie verschwinden, wenn wir ihnen Geld geben. Ich habe einen Plan, macht ihr keine Sorgen. Und ihr braucht mein Geld für diesen Plan? Ist das es? Ich war nicht geboren gestern. Bitte, ich flieh dich an. Ja. Das wird wohl nix. Was machst du? Wir haben nicht mehr Zeit. Ich will nicht. Ich verflüge. Wir haben wirklich nur 27 Prozent, aber jetzt endlich die für uns das Geld. Es wird okay, Richard. Ich bin so schade. Ich denke, mein Herz wird explodieren. Ich versuche mein Bestes, um ihn zu beruhigen. Danke. Richard, ich brauche wirklich dein Geld. Ich bin so schade. Richard, wie kann ich dich beruhigen? Ich brauche nur... Ich brauche nur ein Moment. Okay, ich bin gleich wieder da. Danke. So, wir lassen ihn mal kurz eine Minute. Oh, hey, anstatt. Oh, nein. Wir haben keinen Tag. So, aber wir versuchen es vielleicht noch mal bei Richard. Wie fühlst du dich, Richard? Okay, danke schön. Ich trust you. Ja, wir retten euch schon. Keine Sorge. Wir haben doch alle. Ich weiß gar nicht, was du noch möchtest. Wir haben von allen das Geld. Hier ist das Geld. Ja, ich habe alles. Hier mit. Auf das noch? Ja, er kommt wohl nicht so richtig voran. Ja, das tut uns natürlich leid, aber Hauptsache wir sind hier alle heil aus der Situation gekommen. So, die Polizei ist vor Ort und regelt alles weitere und wir können hier mit dem Auto abbauen. Ich würde sagen, wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um, ob wir hier nicht doch noch irgendwo was finden. Wir könnten uns noch erholen, das brauchen wir aber eigentlich nicht, die sind ja schon voll und ich glaube, mehr finden wir hier auch nicht. So Leute, fahren wir mit dem gestohlenen Auto weiter und sehen dann mal, wem wir als nächstes begegnen. Und jetzt fahren wir zumindest eine kurze Strecke, eine sehr kurze. So, Stan und Mitch sind jetzt bei 65%. Ich denke, dass wir John oder Fanny begegnen werden. Ich tippe mal auf John. Ja, wie habt ihr das Spiel so empfunden? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr das gespielt habt. Würde mich mal interessieren. Also, ich finde das Spiel ganz cool eigentlich. Immer was Neues und so nach und nach fügen sich alle Puzzleteile zusammen. The Passenger. Ja, schon. Klar, wie kann ich helfen? Okay, wo ist der kleine Laster? Ich sehe ihn nirgends wo ein. Ah, hier, okay. Alles klar, wo müssen wir lang? Dann würde ich nach Norden fahren. Und dann nach Westen. Wenn es das schon war. So, wir haben Zeit, uns ein bisschen an uns zu schauen. Was haben wir hier? 3 Dollar. Äh, ein Ölbe-Plakat für Senatorin Flores. Und ich glaube, mehr haben wir nicht. Äh, zu World 96. Ja, du hast einen foreign-Wort-Permitt, hm? Don't worry, ich bin auf deinem Seite. Hast du von dem Kind gehört, dass er an der Maul gestorben ist? Ich habe es. Das macht mich verrückt, dass sie in der Brigade das gemacht haben. Und was über dich? Was denkst du? Und der Flores wird das nicht passieren. Pfff, ich wünsche, dass ich 100% aufgeregt hätte. Aber ich habe viele Politiker gesehen, die kommen und gehen. Alles klar, wir müssen dann wirklich wohl einen Umweg nehmen. Karte um, ansehen, ähm, ja, weiter nach Süden und dann nach Osten. Ich glaube, dann sollten wir dort ankommen. Wohin warst du denn unterwegs? Oh, nur auf der Straße. Ähm, hast du dein Lasse denn abgeschlossen? Ja, aber viele Leute suchen meinen Auto. Das ist nicht gut. Kein Problem. Okay, also das Telefon hat wohl nicht geklappt. Gut, wo fahren wir lang? Wir fahren da lang. Dann kommen wir an der Tankstelle nochmal vorbei. Nach Westen. Weiter nach Westen. Und nach Norden. Und weiter können wir erstmal nicht. Okay, zurücksetzen. Müssen wir irgendwo anders lang? Was hat das denn hier zu bedeuten eigentlich? Ähm, wir setzen mal zurück. So, was passiert? Passiert nix. Ah, wir werden eins finden, da bin ich mir sicher. Ja, immer nur mit der Ruhe. Solange das Spiel reicht. Glück haben wir wohl wirklich nicht. So, wo befinden wir uns denn gerade? Ich glaube hier unten. Dann müssen wir nach Norden, weiter nach Westen, nach Norden und dann nach Osten. Aber ich glaube, ich würde über den Norden fahren. Dann fahren wir nochmal an der Tankstelle vorbei. Und dann sollten wir das auch geschafft haben. Okay, also nochmal. So, wo sind wir denn? Gut, dann weiter nach Osten. Ja, hoffentlich klappt das jetzt auch. Oh, Robert. Ja, wir haben ein Problem. Der Auto zerbrochen. Ja, genau da. Ja, der Transmitter ist okay. Genau. Ja. Okay, ich werde da sein. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge. Und wir sehen dann mal, wie es weitergeht mit John hier. Ob wir ihm noch helfen können oder nicht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann mal Like oder Kommentar da lasst. Und auch wieder einschaltet zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dahin. 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 Bis dahin.